Also das Mythos Obst kann man nicht genug essen, das kann man schon unterstreichen. Obst ist das am leichtesten, die am leichtesten verdaulichen Nahrungsmittel. Also das Obst bleibt nur sehr kurz im Magen und während Salate zum Beispiel eine längere Verdauungszeit brauchen, die Früchte enthalten viele Enzyme, die schon helfen bei der Verdauung. Und das Obst ist sehr reichhaltig an Flavonoiden, an Polyphenolen, vor Krebs und Entzündungen, vor Arteriosklerose schützenden sekundären Pflanzenstoffen und hat eine sehr hohe biologisch verfügbare Energie und einen sehr hohen Vitalstoffgehalt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017